ich hab die idee wir greifen von hinten b4 an kommt über die brücke wo der andere titel schon drüber geht und tot ja sofort zu instellen dahin wo ich ja so wie er kopfschuss mache ich bin bei b3 sporn hier bei b4 bei b2 so ja die sollen mir einfach ein ding jetzt da lassen fahrrad und dann drödele ich damit fahrrad denn du komische lisa die satz ist logisch dass er jetzt panzer sind aber auch schon mal gekriegt kann sein dass die fahrräder jetzt beim sprinten langsamer sind ich habe irgendwie das so gefühl muss allerdings wie keinen unterschied mehr denn der rente der 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 und ich bin tot gleich oder auch nicht noch lebe ich Oder auch nicht. Laufer ist. Gleich bin ich tot. Ich will ihn überfahren, damit ihr einen Waffe habt. Das ist ein Sniper, weißt du? Ich kann es überfahren. Tja. Scheiß, war Minuspunkt. Panzer, Panzer, Panzer. Wieso kann ich dir nicht feuern? Das ist ein Scheiß. Ich kann ihn fahren, aber nicht feuern. Wie ein leichtes Ziel, der Panzer. Wieso kann ich dir abfeuern? Ich schaff das. Kann ich andere eigentlich mit dem Panzer, andere Fahrzeuge überfahren? Warum machst du ihn? Ja, gehabt so einen ganz kleinen. Nein, nur vorne mit einem G2MG ist dran. Neuer Truppführer. Das bin ich. Nicht. Ewa, schwarte. So, Abfahrt. Den, der, der, den. Ich bin doch schon müde. Ja, super. Fahrradfahren soll schon gelehrt sein. Schnauze. Über eine Portalbrücke. Den, 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 den. Und tot. Sniper. Oh mein Gott. Alter, das ist ja voll die Niederlage. Erst zwei ganz kurze, äh, ja, Wins. Und jetzt eine fette Niederlage. Halt aufwärts. Du wolltest ein langes Gameplay, hast du ein langes Gameplay, also Schnauze. Nein, nein, na, ging nach der, äh, äh, bap, bap, bap. Äh, 1, 2, 3, nach dieser Länge, so, mit dem Gameplay Länge, habe ich überhaupt kein Problem. Super. Noch mal zwei Parts und drei Parts, passt doch, drei Tage. Den, 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 den. Ich hab Bonanza am Kopf, man. Das ist so kotzen. Das ist so kotzen. Ich dachte, ich wollte ihn hier gleich acht Tage aufnehmen. Ach. Panzerkraftwagen 1, Ausführung A. Fick dich. Ach, der ist geil, der 2MG ist. Ja, ich konnte ihn aber nicht schießen, deswegen holen wir. Fahren aber schon. Ja, wenn du oben an der Camano-Luke drinnen sitzt, dann kannst du den nicht schießen. Ja, wie komm ich da raus? Ich hab C gedrückt. Da hat nix gepasst. Ähm, nee, Mausrad. Boah. So, man zu Hause, so, bap, bap. Wow. Ey, der hat Ball, der so stark auf mich achten, M.G. Auf dem Kübelwagen. Kriegt mich nicht, der kriegt mich nicht. Niemals. Er kriegt mir ne Karabine, er fahrt mal ne Pontau-Brücke, ja? Na wohl, na super. Ja, ist ja wahr. Ist ja nicht wahr, ey. Aber man, ich vergesse immer, dass ich sofort immer einsteigen kann. Nicht so wie Battlefield, oder? Jawohl, der hat ja eine coole Rolle gemacht. Schön drauf. Äh, wie bei Call of Duty. Den, den. Call of Duty, bitteschön. Call of URs. Wie die nehmen hier Porto, bin, 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 bin. Achso, wie viel ist das? Das sind wir. Ja doch. Wir verlieren den Namen. Weg da! Nein, wir nehmen ihn ein. Nein, ich meine jetzt, wie viel ihr das Game? Fick dich, ey. Gibt's doch gar nicht. Kopfschuss. Einfach nur Spray, Spray, Spray. Und das war halt. So, hier, Feuer frei und so. Rechte ich, die Möglichkeit, mit dem Kübelwagen zu sporen? Nee, natürlich nicht. Nee, B1 ist mir kein Bock. Ist mir zu weit weg. Fahrrad. Gucken, ob ich das jetzt besser hinkriege. Wie, ich bin Trupp früher, aber soll die Scheiße. Man visiert die Dinge uns an. Man fährt da ganz super Deluxe und gediegen rüber. Und von vorne kommt ein Gegner. Und tot. Ich konnte aber, ne? Auf der Pontonbrücke fahren. Auf neue Sturmtruppsarten. Ja, keine. Keine Mitter. Und doch. Ich bin kein Trupp früher mehr. Ha, passt doch. Ja, oder passt nicht. Mir egal. Wohinge denn? Ich sehe nichts. Finglas. Ah, okay. Jawohl. Ja, natürlich. Und dann kommt so Crush-ICE. Hä? Von wo, bitte schön? Irgendwo aus der Kirche? Wie der? Den, 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 den. Mann, ey. Ich muss irgendwie rauskriegen. Angriff. The Tech. Ah, ja. Ist ja so, immer so ein Ding, dass die mich so vortreffen. Obwohl ich hätte Glitchy, so ein Typ, der nichts anderes macht. Oh. Oh. Ja, natürlich. Wieder diese Crush-ICE, Mann. Irgendwo aus dieser scheiß Kirche. Also, ich sterbe ja fast im Sekundentag. Natürlich kann ich im Beefchen nicht mehr spawnen. Sind bei dir die Truppen ausgegangen, oder was? Wo ist er denn? Alter, 9 zu 21, ey. Ist ja widerlich. Ich kill, sterb wirklich Sekunden. Komm schon. Sterb da. Derb doch. Arsch. D, 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 D. Alter. Wie Schuss von überall. Ja, Beschuss ist gut, ist gut, ist okay. Ist okay. Ja, braver Beschuss. Solange du mich verfehlst, habe ich damit kein Problem. Können wir uns schon irgendwie arrangieren, doch. Nein. Ja, natürlich. Fick, ey. Fick, kenn. Ist eigentlich kein Call of Duty, wo ich mich so aufrechte. Oh. Glaubt ihr haben Flieger von Himmel gewohnt. Ich glaube, ich werde mal Ones entfangen. Wendung. Mit einem Drahtesel. Ist ja was langsam, wenn ich Vollgas gebe. Oh. Der Panzer will mich töten. Geschafft das sogar. Mein Gott, ey. Ich will eine andere Waffe. Wie geht der? Din, 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 din. Wiegt der sich? Klar bewegt der sich. Oh, der hängt oben auf dem Dach drauf. Er ist doch gleich tot. Laufverriss. Laufverriss. Verrichtet er sich nicht mehr? Gute Frage. Kurva Noob Team. Ja, natürlich. Ey, so ein Pole. Ein Pole. Komm, hab's da. Schnauze. Ja, Tenka und Brüsch, ich bin nicht blöd. Ich geh doch lieber mal erstmal im Haus rein. Mit Haus, in Haus, in Haus, Haus, Haus. In Haus, in Haus, in Haus, Haus, Haus. Da bin ich sicher. Erstmal zum Wissen. In Haus, in Haus, in Haus. Ja toll, wir kriegen den da jetzt rausgeschossen schon hin. Ja, komm, hoch, du Sau. Hoch, du Dreck, Sau. Hm. Wie tötte ich den jetzt da? Hm. Gute Frage. Der macht auf jeden Fall Bunny Hop. Wie tötte ich den da? So auf jeden Fall nicht. Und so auch nicht. Scheiße. CT, Cheater. CT, CT. 10 zu 7. Ich hab mir 11 zu 24, yoho. Und mein Headset ist leer. Wahey. Kurz mein Stöpsel. Zack. Deutschland hat die Stadt erfolgreich verteidigt. In 50 Sekunden. Wow. Und ich kann da nicht mehr spawnen. Wahey. Din, di, 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 di. Ja, B2 zurück. Super. Wie die jetzt alle Rage quitten, man. Das ist doch hin. Test, äh, Schublade schon wieder. Ja, hinter ist der, nicht unter ist der, hinter ist der Schublade schon wieder hier. Ja, Porto Wald erobert, ja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, verloren. Leider verloren, leider, leider verloren. 31 Minuten. Nur 15, 16, aber super. Super, passt doch. Jo. Das war's denn erstmal und körperliches Training hab ich freigeschalten. 2 sogar. Wow. Kills 11, gestorben 24. Oha. Verbrachte Zeit auf dem Zivilfahrrad. Eine Minute. Hm. Gut. Naja, das war's denn jetzt erstmal von Heroes and Generals erstmal für diesen Moment. Ja, für die paar Dinger jetzt. Das sind jetzt drei Folgen, das sind drei Tage. Äh, joa, so zwischendurch oder so. Mal gucken, ob ich das hochladen. Äh, und ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das mal wieder zu sehen. Und der Miro ist verstummt ingepennt, wie auch immer. Keine Ahnung. Oder er hat vergessen, sein Mikro zu entmuten. Oder er quatscht, wird schon hier vorgelabert von irgendwas. Keine Ahnung. Und, ja. Hoffe, wie gesagt, hat es euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und mal schauen, vielleicht kommt es denn jetzt öfter. Mal sehen. Aber Battlefield 4 wollte ich eigentlich auch nochmal bringen. Und Ghosts. Mal schauen, was ich da mache. Ja, jetzt aber wirklich bin ich jetzt raus hier. Ich bin Adelwache 1993. Ciao, Leute. Mir hast du nochmal zu sagen. Ich hoffe mal, du kriegst das jetzt gerade hin. Gut. Oder auch nicht. Ähm. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.